Alex gefällt die Idee des Projektes Whole World sehr gut und er ist bereits Mitglied unserer Gemeinschaft. Da gibt es aber ein kleines Problem. Wie sich herausstellte, hat Alex sehr wenig Freunde und keine Ahnung, wie man Freunde einlädt. Zum Glück gibt es im Projekt das Business Machine System, das Ihnen ermöglicht, neue Partner zu bekommen, auch wenn Sie diese persönlich nicht eingeladen haben. Täglich wird unsere Website von mehreren tausenden Menschen aus aller Welt besucht. Viele von Ihnen erfahren über das Projekt aus offenen Ressourcen und lassen sich ohne Einladung durch andere Benutzer registrieren. Solche Registrierungen werden automatisch unter den Teilnehmern verteilt, bei denen die Dienstleistung Business Machine aktiviert ist. Die aktivierte Dienstleistung wird von dem Teilnehmer einen Monat lang genutzt. Alex hat bereits die Business Machine für Juli aktiviert und sich einen Platz reservieren lassen. Nach Alex ließen sich Christina und Markus diese Dienstleistung aktivieren und haben sich jeweils fünf und zehn Plätze reserviert. So wird das System Business Machine den ganzen Juli über die neuen Teilnehmer, die sich ohne persönliche Einladungen registrieren lassen, unter den Plätzen von Alex, Markus und Christina verteilen. Nun ist der Juli da. Die ersten freien Registrierungen treffen bereits im System ein und werden sofort unter den Teilnehmern der Business Machine verteilt. Damit die Verteilung fair verläuft und die Teilnehmer selbst nicht auf die Idee kommen, das Funktionieren der Business Machine mittels Dummy-Registrierungen zu beschleunigen, wird bei jedem neuen Zyklus die Reihenfolge der Plätze zufällig gemischt. Die Business Machine hört nie auf zu arbeiten und wird die freien Registrierungen unter Alex, Markus und Christina den ganzen Monat über weiter verteilen. Nun ist der Juli vorbei und wir können Bilanz ziehen. Alex, der sich einen Platz im System Business Machine aktivieren ließ, hat zum Ende des Monats 100 neue Partner bekommen. Christina hat sich fünf Plätze aktivieren lassen und hat 500 neue Partner bekommen. Markus aber, der sich sofort zehn Plätze aktivieren ließ, hat 1000 neue Partner bekommen, was zehnmal mehr als bei Alex ist. Es bleibt nur, den neuen Partnern all die Einzelheiten der Arbeit im Projekt Whole World beizubringen und das rapide Wachstum der Partnerschaftsstruktur lässt nicht lange auf sich warten. Möchten Sie neue Partner bekommen, ohne sie persönlich eingeladen zu haben? Einfach Business Machine aktivieren!